Hallo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wie viel ist dein Outfit wert? Heute mit Dobermann-Chef. Alles klar? Fangen wir an mit deinem Outfit. Wirklich ein sehr elegantes und sportliches Outfit. Sieht man so selten. Wahnsinn. Woher hast du das denn? Was ist das denn für eine Marke? Nice, nice, nice. Und wo hast du es her? Ah ok, schade, schade, schade. Ansonsten, was haben wir noch? Wir haben hier ein wunderschönes Heißband. Was ist das für eine Marke? Nice, nice. Ansonsten ist da glaube ich nicht mehr viel zu holen. Schlichtes, aber sehr elegantes Outfit. Aber ich rieche was. Ein sehr, sehr schönes Parfüm. Was ist denn das? Ich merke schon, der Herr, der lässt nur feinste Ware an seinen Körper. In dem Sinne, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Ich blende euch mal den Preis hier unten ein. Bis zum nächsten Mal. Jetzt lass mich doch nicht hängen. Ich fühle mich da zusammen.